herzlich willkommen bei folge 35 alles 17 projekt reich der novo und so wie gesagt nehmen wir die medie dame es liegt heute an du müsstest denn erst mal mir helfen wir müssten uns scharfe holen ich habe schon zwei hängers so du müsstest dein träger besuch erholen und hier zum hochkaufen mein träger was mein träger der blaue der blaue mann wo ist dein funkel hinter den augen leuchten heute nicht was gemacht hast du aufgestellt vertreten der oder wie du musst mal deine taschenlampe anmachen da funkelt er wieder ja da 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 der blaue träger dann kann ich ja die alles abkuppeln hier abkuppeln geht das? nein, geht nicht mal gucken wo wir nicht nochmal hinfließen ja wo wir hinfahren müssen sind die gierer so, müssen wir den motor machen ich hoffe, der macht doch nicht okay wenn fahr' ich denn zum hoch fahr' ich jetzt ne? ich komm ich erscheine bin bald da ja, wir müssen einen blauen träger stellen wir holen die ersten schafe, wir holen die ersten ich hoffe, der funktioniert mit den triggern da das werden wir richtig ich hab' ja extra das besorgt machen wir erst noch vor dem front ein bisschen weg ich bin nach links jetzt links 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 ich finde es schade ich bin wieder links ich bin nach links und dann dann und dann mein ich den Motor ausgeben ich weiß nicht dann folgen sie mir auf wunderbar Okay, wirkt ja auffällig Unauffällig Wir streiken, wir streiken Ja... Bin die mäh Ja 35 kann ich nicht mehr fahren Der mit nem süßen Drecker da Ja Ey Was sind das jetzt? Was denn? Kaputt gemacht Welchen süßen Drecker meinst du jetzt? So der ist cool ja 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 Was ist denn hier los? Oh Das ist korrekt das ist korrekt Ich hoffe wir sind hier richtig Määä So ein Schweinchen? Schafe Muuu Ah Schafe hier hat sie den drinnen nein ich fahre mal raus vielleicht geht es nur mit einzelnen nur noch doch jetzt guck mal ja 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 die vieler verkaufen sind das 1 2 3 4 6 6 stück habe ich geholt wir machen das jetzt kaufen und dann erstmal auf die scharfe gehst du und hängen das nur als kaufen 6 stück und dann auf den hänger bestätigen hast du nicht genug geld hat reich nicht das reicht ich war hast du doch richtig helfen wir sind alle weiß ja ja gut ein schwarzes vorne aber zwischwärts nicht nein zwei brauner ist auch ein bisschen komisch hier aber ich meine auch schon gut 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 Ah, Allah, who's that? Oh. Äh, ja, dafür ist die Folgen hier. Ja, jetzt. Jetzt. Du hast es. hänger abstellen der püttel ist von der anderen seite sollte die andere muss dann von die seite rin fahren aber die kurve will nicht ich bin zu groß mit meinem trägern fährst du mit tastatur nein fährst du mit tastatur jetzt sehe ich sofort fährst du mit dem controller zu faul jetzt kannst du deine audien auf ich versuche jetzt erst mal unseren schief hier unser neues da schauen wir noch zu und dann ist mit der vorwärtsende der frau ist noch zu eben und dann ist die vorwärtsende wirklich lange mit den schafen ein stäbchen voll und dann Ich kaufe die Pasta jetzt mit dem Tracker ran Die Frontlader aufbauen Du machst jetzt den HW-18 Hänger ran Was mache ich? Wo ist der? Die Hänger Die Hänger sind weg Die Hänger Na, unsere grünen Ja Hast du mit reingelogen? Ja, eigentlich schon Eigentlich Wollte auch verpasst Ey Die Hänger deine Hm Die Frontlader aufbauen Ich hab dich nur noch nie Und Die 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 aber ihr wundert die hänger sind weg kann ich hier nicht beantworten kann ich nicht wissen es sind sich für die hälfte hier wollen wir kurz hier gehen hä? wollen wir hier gehen warte mal oh jetzt hängt der Clip jetzt so ich wusste Zeichen haben dass ich hier ankomme da da auch man aber jetzt sagt du kannst jetzt den hänger nehmen da oh scheiße hängt sich mal da halt da draußen genommen ja ich war gar nicht rausgenommen anscheinend und anscheinend oh neee was jetzt schon wieder man ist halt die Schausel ohne umgekippt der Tanz mit dem das schlimmste ist er ping ja komm nimm doch mal die ist doch schon jetzt oh danke ich hab's geschafft ja ich hab's geschafft naja dann ist dann kleiner Hilfe ne ähm ja brauchen wir jetzt brauchen wir nochmal absprayern und gucken wo jetzt jetzt brauchen wir den jetzt an hier brauchen wir den jetzt für die voller die brauche ich jetzt so na gut dann müssen wir an weil ich nicht nochmal gleich einen kurzen cut die den brauche ich jetzt gut den den bei denen hätte ich jetzt den nettes Zoom hinten jetzt anhängen ja oder mal kurz mal speichern speichern ja mach mal kurz einen cut hier dann bis gleich man der kotzt mich jetzt an hier hab ich doch gar nicht rausgeschmissen äh 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 wie das ist nicht ja das ist am war das ist ebenso dass ja weil Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020